Hier vorbrechen. Zehn Sekunden. Eingeteilte vier Teams brechen hier vor. Versucht die Feuerlinie entleggte Badgleise aufzubauen. 3, 2, 1, GO! Aber da ist alles voll. Wo wird vor Ort ist einer? Alle von unten? Da sind dann Steffen Prennens. Ja, das haben wir. Da sind wir hinterher. Komm, komm. Wir sind da in die Bank. Es ist doch am Markt oder? Jetzt komm schon. Los geht's! Wo sitzt denn der Gio? Nach vorne? Haben wir da drüben eigene? Haben wir da eigene? Leider nein. Warum? Was willst du da? Der Gio ist ja nach oben.